Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit elementaren Zügen und ihren Anwendungen. Das ist ein Bereich der grundlegenden Go-Taktik, der insbesondere von Beginnern studiert werden sollte. Der Zug, den wir uns in diesem Tutorial anschauen werden, heißt Verlängerungszug. Im japanischen Nobi und in der englischsprachigen Fachliteratur Stretch. Einen Nobi spielen wir immer dann, wenn wir an einen Stein oder an mehrere Steine unserer Farbe einen weiteren Stein so anlegen, dass sich die Form einer fest verbundenen Linie bildet. Ein Merkmal des Nobi besteht eben gerade darin, dass er eine feste, untrennbare Verbindung konstruiert. Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass er die Anzahl der Freiheiten erhöht. Auf der Grafik könnt ihr sehen, dass der erste Stein vier Freiheiten besitzt und nun durch den Nobi zwei weitere Freiheiten dazukommen. Die beiden Steine besitzen nun zusammen sechs Freiheiten. Ein Merkmal, das manchmal nachteilhaft sein kann, besteht daran, dass der Nobi sehr langsam ist. Eine Nobi zu spielen ist keine raumgreifende Art, die eigenen Steine zu entwickeln, aber manchmal ist es notwendig. Ich habe zwei Beispiele herausgesucht, die zeigen, wo ein Nobi sinnvoll eingesetzt werden kann. Ihr seht hier eine Situation, die das Geschehen in der rechten unteren Ecke auf einem 19er Gobret zeigt. Wir betrachten zwar nur die lokale Lage, brauchen aber trotzdem einige allgemeingültige strategische Gedanken nicht völlig auszublenden. Das betrifft beispielsweise die Frage, wie wir mit einer Situation umgehen, in der droht, von unserem Gegner in der Ecke eingeschlossen zu werden. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, aber in solchen Fällen ist stets besondere Vorsicht geboten, denn eingeschlossene Gruppen sterben schnell, wenn man nicht aufpasst. Schwarz ist am Zug. Nehmt euch einen Augenblick Zeit und denkt darüber nach, wo der stärkste Zug liegen könnte. Hier kommt die Antwort. Es ist dieser Nobi. Ihr seht, dass durch den Nobi bei A ein Problem für Weiß entsteht. Sollte Weiß den Nobi ignorieren, kann Schwarz auf A spielen und das droht einerseits die Trennung der weißen Steine und andererseits das Durchbrechen von Schwarz zum oberen Teil des Brettes entweder am Rand oder im Zentrum. Weiß kann das nicht zulassen. Wo würde der Weiße eurer Meinung nach setzen, um das zu verhindern? Hier? Die Idee ist okay, aber die Ausführung ist nicht optimal, denn die Form der weißen Gruppe ist nicht effizient. Ihr seht, dass die weiße Gruppe jetzt die Form einer langgestreckten Linie annimmt und das ist nicht ideal, um Augen zu bauen und um den Stein zu ihrer vollen Wirkung zu verhelfen. Weiß hat einen besseren Zug, um den Punkt A zu schützen. Nämlich hier. Wir werden uns diese Form in einem späteren Tutorial genauer anschauen, aber ihr könnt mit einigem Probieren schnell herausfinden, dass Schwarz jetzt nicht mehr durchbrechen kann. Hier kommt noch einmal der Ablauf der Sequenz. Entscheidend dabei ist, dass Weiß gezwungen wird, auf den schwarzen Zug zu antworten, Schwarz danach jedoch woanders spielen kann. Das wird Vorhand genannt, im japanischen Sente. Sente ist sehr wertvoll, weil man dadurch einen Tempovorteil gewinnt. Schauen wir uns noch an, was passiert, wenn Schwarz den Nobi versäumt. Sollte Weiß hier zuerst spielen, dann ist dieser Zug vorteilhaft für ihn, weil er erstens verhindert, dass Schwarz ausbrechen kann und weil er zweitens droht, im nächsten Zug auf A zu setzen. Im späteren Endspiel könnte die schwarze Ecke dann ziemlich klein werden und Schwarz müsste sich vielleicht darüber Sorgen machen, ob er es schafft, zwei Augen zu bauen. All diesen Schwierigkeiten kann Schwarz mit dem Nobi vorbeugen. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Auch hier sehen wir wieder die rechte untere Ecke eines 19er Bretts. In diesem Fall besteht ein strategischer Gedanke daran, dass es meist sinnvoll ist, sich vom Gegner nicht in einer Ecke einkesseln zu lassen. Und die zur Umsetzung dieses Gedankens hilfreiche Taktik heißt wiederum Nobi. Seht ihr den Zug, um den es hier geht? Hier ist er. Dieser Zug gewährleistet, dass Schwarz mit seinen Steinen aus der Ecke herauskommt und nicht darin eingeschlossen wird. Wie wird Weiß jetzt reagieren? Weiß spielt hier hinter den schwarzen Steinen auf der zweiten Linie. Denn er sieht, dass Schwarz nicht auf A spielen kann, um ihn abzutrennen. Sollte Schwarz auf A spielen, kann Weiß seine Steine auf B verbinden und hat mehr Freiheiten als die schwarzen Steine. Nachdem Weiß seine Steine verbunden hat, besitzen die schwarzen Steine nur noch zwei Freiheiten, die weißen Steine jedoch vier Freiheiten. Flucht oder Angriff sind für Schwarz deshalb unmöglich. Aus diesem Grund spielt Schwarz zwischen den beiden weißen Steinen und setzt damit den oberen weißen Stein ins Atari. Weiß gibt nun seinerseits Atari und zwingt Schwarz, den weißen Steinen oben rauszunehmen. Wir sehen nun am Ende dieser Sequenz, dass es Weiß zwar gelungen ist, in die Ecke einzudringen und ein paar Punkte zu machen, aber Schwarz hat den größeren Vorteil durch den Nobi Errungen. Er konnte nach oben durchbrechen und hat außerdem eine gute Augenform, kann also nicht sehr effizient angegriffen werden. Was passiert, wenn Schwarz diesen Zug verpasst und stattdessen sofort Atari spielt? In diesem Fall erhält Weiß die Gelegenheit, einen gegen Atari zu spielen. Schwarz muss den weißen Stein nun rausnehmen, wenn er seinen eigenen Stein, der im Atari steht, nicht verlieren will. Und damit hat Weiß einen erheblichen Vorteil erlangt, denn es ist ihm gelungen, die schwarze Gruppe in der Ecke zu isolieren. Weiß hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, den oberen Rand endgültig zu verschließen, aber egal wie er sich entscheidet, für Schwarz ist es ein herber Rückschlag, in der Ecke eingekesselt zu sein, denn die schwarzen Steine dort haben nun im Grunde keinen Einfluss mehr auf den weiteren Verlauf der Partie. Natürlich gibt es viele weitere Anwendungen für den Nobi. Ich empfehle euch mit dieser Zugtechnik zu experimentieren und zu schauen, worin die Stärken und die Schwächen des Nobi liegen. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Da wird es dann um einen weiteren elementaren Zug gehen, nämlich um den Diagonalzug Koosumi. Bis dahin, macht's gut, bye bye.